Hallo, ich habe ja versprochen mich nochmal zu melden, wenn ich meinen Buch passt habe. Und zwar ist es ja mein neues Cover, also mein Buch mit dem neuen Cover. Und ich packe gleich mal mit euch aus. Und bin ganz gespannt, wie das aussehen wird. Ich habe mal eine Folie aufgewickelt. Ui, das ist echt richtig cool. Ich zeige es euch auch gleich. So sieht es jetzt aus. Das ist das neue Cover Mia und Luna. Und hier wäre auch nochmal der Klappentext. Ich drehe es euch mal rum. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich hoffe euch auch. Hier ist der Klappentext dazu. Könnt ihr auf Pause machen und in Ruhe lesen. Und das Hörbuch ist jetzt auch schon soweit. Es ist jetzt schon angefangen worden einzusprechen. Und ich gebe euch dann nochmal Bescheid, wenn das erhältlich ist. Okay, das war es auch schon, was ich euch zeigen wollte. Es ist echt wunderschön geworden. Das ist echt super. Okay, dann tschüss.